doch ja um bräuchten erde ich hab keine erde mehr gefunden im Lacher jetzt hat wieder alles wieder neu alles wird sein das mit Richter der Tier da unten kann sich so ein Drichter bauen du musst in der Mitte eine Kiste außenrum ein bisschen eisenrum setzen dann kannst du so ein Drichter dann tut es auch alle alles automatisch in eine Truhe rein die Kiste und die Kiste verbindet man mit hier irgendwo unten drunter deutschland hat sich jemand Stephans Haus schon mal von innen geschaut das war einfach nur so ein Loch drin das verwirrt mich etwas ich will jetzt mal gucken du bist eine Frau du bist ruckzuck verwirrt fliege nette Tretter und ach und er schläft gerne in gehobenen gesellschaft in der Sache er hat mir nachgemacht ich habe auch noch können also du schlägst auch wenn in gehobener Gesellschaft was wir machen da hinten ist ein Loch achso ich habe verstanden Frau hinten noch gib mal die Koordinaten okay Frau hinten noch leicht primitiv aber ich habe übrigens auch eine wunderschöne Treppe aber ich habe keinen Platz mehr für eine und was soll eigentlich das Brett da oben ich kriege gerade einen Anruf ich bin mal ein Sekündchen aufger ich weiß nicht ja ach verdammt das war gar nicht das Lager das war ein langes Gespräch keine Zeit ich weiß nicht ich meinte ich wollte irgendwas ausprobieren aber nein 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 und die hier ich habe keine Ahnung was ich gemacht habe hier brauche ich dann auch noch mal Wasser ach doch da eine Million Öfen eine Million sechs Stück eine Million ist ziemlich viel der Nelly trau ich es zu nicht da ich gehe gleich wieder hoch das bringt nichts wenn du da durchgehst warum du brauchst ne 100 Jahre geh rein du rippst nicht ah du hast ja kein Wasser doch da habe ich Wasser drin ja da aber nicht hier ja natürlich nicht kommen wir schneller unten ist ne ja ne warum ich konnte jetzt entgegen hallo hast du hier ein Portal hingesetzt oder was wie so ein Portal nein hä wie soll denn ich hab doch gesagt du sollst ich hab doch gesagt du sollst einfach mal runterhüpfen wie soll denn das mit dem Portal gehen war irgendwie voll cool für mich was ach das hier ist äh dein dein Aufgang verdammt scheiße soll ich wieder runterflogen runtergang dein Untergang ich komme Augen auf ich komme au wiii ha 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 der war jetzt gut was wiii hier sind überall Löcher ach ja das Lava und noch mehr Löcher hör aufs ich will nicht sterben hör aufs ich will nicht sterben warum ist hier eigentlich ein 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 Workbench mitten in der Wand also irgendwie auf dem halben Weg von der Leiter ja da 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 war es noch nicht der halbe Weg und ich brauchte unbedingt eine weil meine Fritzacke im Arsch war ach so so richtig im Arsch dann zieh sie halt raus nein kaputt die Jugend von heute ey ja ich muss echt alles ausprobieren ha 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 komm hier nicht hoch ha 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 komm hier nicht hoch hier geht nach oben ist nichts besonderes ja ich hab's gesehen und da sind Millionen Öfen Millionen warum kontrolliert ihr gerade mein Haus warum nicht nur so ich glaube ich mache mir jetzt mal das Vergnügen und geht's never so aber erst erst mal ich mir ne Eisenrüstung die Felder schon wären fertig zurweil also oben schon mal so Teils Eisen Eisenrüstung Rüstung Eisen hier haben wir Eisen nicht der Tierrüstung ich hab Asche eine ja aber wir haben doch gar nicht so viele Dias ja also ich hab ich bin komplett in Tier jetzt ausgegangen ach aber Dias sind hier sieben das sind zu wenig wo ist denn hier Erde da muss ich mal ein bisschen Erde wegdrücken wegdrücken äh kann ich Laue einfach mit dem ganzen Mann einmal aufgeben ja brauchst du noch einen speziellen Lava Eimer ha ja der ist ein unterstörbar und äh ach heißt neu den kannst du auch ins Real Life zaubern ja gut das weiß ich haben ja das ist alles okay in Helmhof ihr kommt die Kolben ich in der Welt mein Helm verdreht deine Augen bestimmt weh und der Letzt auch noch auf das ist auch unsere Fleisch nimmt mit Nahrung ist mittlerweile auch schon genug das Wort durch ein Mal die Bitter und der und mehr auch die Sterben Tschüss. Lach dich aus, wenn es heißt, du bist mit Lava gefallen und gestorben. Oh, hier ist ein Villager. Ja. Da haben wir. Ja, woher kommen die Villager? Die zaubern, die sind... Die sind von diesem ehemaligen Spawnpunkt hier hingelaufen. Hexen, verbrennt sie! Hier geht's nicht mehr. Nettes Nether hier. Ehrlich, ich bin echt überzeugt, also... Das ist schön, das ist schön. Wir haben keine Schleimbälle, oder? Nein. Bau mal eine Treppe, die in die Masse schütteln. Schnell. Peter. Redstone. Redstone. Die Kolben, zumindest cheat. Juhuup. Bliegen wir mal ein Stück. Ja, vorbildlich. Ich sehe. Ruffel. Die geht's nicht hier unten, da fällt man nur. Wer ist jetzt gegangen? Hä? Was? Wer ist jetzt die Hölle gegangen? Ich bin in die Hölle gegangen. Warum? Das heißt Nether. Ach, nur so. Ja, passiert. Ja, mein Gott ist halt eine Hölle. Schöne ich mich an. Gar nicht wahr. Weil in der Hölle, da fehlt dann was. Da fehlt der Bratwurststand. Was mit Satan? Der zockt doch gerade Minecraft und baut ein Feld. Ist Satan unwichtig? Dann sag ich doch, der zockt gerade Minecraft und baut ein Feld. Echt? Ja, weißt du das nicht? Ne, also bis gerade, also ne, war doch bis gerade unbekannt. Der ist so hier neben mir und hilft mir dabei. Achso. Achso, ja dann. Wenn du jetzt lachst, ich glock jetzt natürlich. Natürlich nicht. So ein Nether ohne Mobs ist schon irgendwie cool. Mops. Ja, Mobs. Das Mobs. Mobs. Mobs sind Möpse. Bitte erläutere diesen Teil. So ein Nether ohne Mobs ist schon ein Winkel. Nein, Mobs halt, äh. Mobs. Monster. Nicht Möpse? Ne, Mobs. Also Möpse. Nein, die Möpse vom Mobs ist Mobs. Und die Möpse vom Puff? Puff. Puff. Hatte ich das eigentlich beim letzten Mal gegoogelt? Nein. Oh, da ist der Villager wieder. Ich hatte, ich dachte, es hatte, hätte er. Ich habe ne Nachricht. Von Sebbe. Achso. Hast du den beschrieben? Gegen Nachher? Ja, was heißt Nachher? Gleich. Oder irgendwann in eine Million Jahren? Wie lange wollen wir denn eigentlich das machen? Ich meine... Ja, sechs Mal oder sechs. Ich kann bis acht. Echt? Ja. Du kannst echt bis acht zählen? Ja, hat meine Mami mir beigebracht. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich... Ach ja, ich wollte da googeln. Wieso bist du auf einmal neben mir aufgetaucht? Was? Du bist grad voll neben mir aufgetaucht. Ja, ich bin ein Magier. Nee, keine Ahnung. Äh. Puff. Mehrzahl. Mehrzahl von Puff. Die Mehrzahl von Puff ist, ähm, Puffe. Nicht Puffe? Jetzt? Nee, gibt mehrere Mehrzahl. Ah, geil. Ah, geil. Ich muss mich nicht... Ich muss mich nicht... Ich muss mich nicht... Nee, mein Firefox klackt. Ich bin mir ab. Warte kurz. Nimm jetzt Firefox. Meine Treppe brennt gerade. Wo steht denn das? Äh... Firefox böse. Firefox hat man. Aber nicht, wie getanzt. Wir kommen. Der einzig war. Brauchtbar. Barbar. Also, möglich ist, da puff die Puffe. Die Puffe. Ha. Hey. Mach so ein Lärm in deinem, äh, mit deinem Blättern. Was? ja der macht mehr mit mit leitern blä 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 der spielt mir grad an meinen blättern rum äh was 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 das ey was wo wie hier was ist rund und wenn es runter fällt sich die uhr kaputt hehehehe äh fixe und was ist der unterschied zu ente 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 äh was ist denn das objekt Das Objekt ist eine Frau. Wenn es runterfällt. Was ist rund und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Wovon ist hier die Rede? Von der Uhr. Und wie lange dauert der 30-jährige Krieg? Keine Ahnung. 100 Jahre? Nicht exakt 30 Jahre. 29 Jahre und 256 Tage. Eigentlich soll ich dich dafür töten, dass du jetzt hier die ganze Liebesseinschaft gemacht hast. Andererseits, weiß ich auch nicht. Wen? Wen? Wen willst du töten? Wo bist denn du? Jetzt kommt der ganz von hinten, wie so ein Assassins. Und wie so ein Schwuggel. Da ist er. Nein, hast du die Ruhe. Ich habe Angst vor dir. Ich habe nur eine Diorrüstung. Und ich habe kein verzaubertes Dior Schwert. Und ich habe kein verzaubertes Dior Schwert. Der kann ja nicht nutzen. Oh, ich habe was. Da war Bass in der. Oh, hast du auch den Brüllkäfer gehört? Bleib stehen! Ja, es tritt aber nicht drauf. Es tritt nicht drauf, sonst stinkt der. Nein, ich kann nicht mehr rennen. Weg! Warte mal, warte mal. Eigentlich könnten wir uns zwei zusammentun oder auf ihn. Zusammen auf ihn. Ja, komm mit der Schloss los. Scheiße, Spieler konnte nicht gefunden werden. Komm, komm, komm. Warte mal, warte. Ich will euch nicht mehr was essen. Ey, Alex, nicht töten. Nein, ich sterbe sofort. Ich, ich, ich sterbe sofort. Ich bin gleich tot. Alter, ich bin gleich tot. Ja, dann Schluss. Ich will euch nicht töten. Ey, ihr habt zu zweit nicht mal eine Chance gegen mich. Ich bin eh tot. Ja, weil sie so gut auch nicht eingedrescht und gedrascht hat. Mann, ich habe fast 30 Läden, du Arsch. Ich habe gesagt, er ist auf, Mann, nein, er hört nicht auf. Ich habe auf, keiner hat gesagt, hör auf. Ey, hier liegen Diamanten. Ey, warum hast du immer Bücher dabei? Ich habe keine Diamanten, Mann. Und ich kann mich nicht porten. Ja, doch, kann ich wohl. Außerdem, lass mein Zeug liegen, Mann. Das ist nervig. Ja, nicht du. Der Rupert, der Janik hat Diamanten einstecken und verzaubert. Ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Das Ding ist das vergessen. Oh, da, meine.